Oh, der ist auch krass. Den haben wir extra angeschrieben, weil ich mir unsicher war, ob wir den selber wirklich reinnehmen dürfen, weil der ist so hart. So Leute, was geht und willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Ich brauche eure Hilfe. Und zwar, weil ich in der diesjährigen Briefed Twitch-Clip-Compilation vorkomme. Der Twitch-Clip des Jahres 2022 wird gekürt. Und neben den großen Streamern wie Montana, Black Nova oder wer auch immer, bin auch ich irgendwie in diese Compilation mit reingerutscht. Auch wenn Reef selbst meinte, dass der Clip aus der Kategorie Voice Craig von mir in ihren Augen der Beste ist, so hat sie zumindest ausgedrückt. Es ist der Beste, ich schwöre. Brauche ich die Hilfe der Community, eure Stimme, dass auch dieser Clip das Voting gewinnt. Es wäre mir eine sehr, sehr große Ehre, dieses krasse Event heftig abzuschließen. Und allein der Fakt, dass ich darin vorkomme, ist mir eine sehr große Ehre. Und ich bin dafür maximal dankbar. Und ich packe euch im Laufe des Tages einen Link in die Video, wo ihr, äh, in die Videobeschreibung, wo ihr auch für diesen Clip abstimmen könnt. Das heißt, dass ihr diesen Clip auswählt als der beste Clip aus der Compilation. Wie auch immer, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr für mich votet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Livestream. Danke für euren krassen Support. Und großes Dankeschön nochmal an Reef, dass du mir die Chance gibst, in dieser Compilation vorzukommen.